Sylvie Mais lobt ihren Sohn Damian. Der 18-Jährige tritt in die Fußstapfen seines Vaters, Raphael van der Vaart. Beide starteten ihre Karrieren bei Ajax Amsterdam. Sylvie ist mächtig stolz auf Damian und gibt zu, sein Talent hat er von Papa geerbt. Sie feuert ihn auch gerne mal im Stadion an. Doch Damian hat auch viel von Sylvie. Disziplin, Zielstrebigkeit und Fokus. Auch in Sachen Mode nimmt er sich ein Beispiel an seiner Mutter. Sylvie ist besonders stolz auf die Bodenständigkeit und den Respekt ihres Sohnes. Wenn sie Zeit haben, genießen sie gemeinsam Urlaub. Erst Ende Juli entspannten die beiden auf Ibiza. Ihre Fans sind begeistert von den gemeinsamen Fotos. Ein Follower kommentierte, was für ein schönes Bild von einer wunderbaren Mama und ihrem süßen und sportlichen Sohn.